Willkommen auf eurem neuen Kanal Märcheninsel, bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute lese ich euch das Märchen Rotkäppchen vor. Es war einmal eine kleine, süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkt sie mein Käppchen von rotem Samt und weil ihm das so wohl stand und dies nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es von nun an nur noch das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, komm Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es zu heiß wird und wenn du hinaus kommst, so geh hübsch, sitzsam und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, vergiss nicht Guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Ich will schon alles gut machen, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Walde, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Rotkäppchen, sprach er. Schönen Dank, Wolf. Wohin aus zu früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Was trägst du unter der Schötze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke Großmutter etwas gut tun und sich damit stärken. Rotkäppchen, wo wohnt denn deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja schon mal gesehen haben, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich. Das junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die alte. Da musst du es lästig anfangen, damit du beide erschnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er. Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja so vor dich hin, als wenn du zur Schule gingst. Und ist doch so lustig draußen in dem Wald. Rotkäppchen schluck die Augen auf und als sie sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hinterher tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte ich es. Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist so früh am Tag. Das ist doch zur rechten Zeit. Lief vom Weg ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eins gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stehende noch eine schönere Blume und lief und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Hause der Großmutter und klopfte an die Türe. Wer ist draußen? Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf. Drück nur auf die Klinke, rief die Großmutter. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Danach tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand und wie es in die Stube trat, so kam es ihm alles so seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir heute zum Mut und bin doch sonst so gerne bei der Großmutter.« Es rief, »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hat die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.« »Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sie wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, »Wir die alte Frau schnarcht, du musst auch sehen, ob ihr etwas fehlt.« Da trat er in die Stube und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder,« sagte er, »ich habe dich lange gesucht.« Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken! Wie war es so dunkel in dem Leib des Wolfes!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllte sie dem Wolf den Leib und wie er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich totfiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf auf den Pelz ab und ging. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, »Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat.« Dann sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.